Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Monatsbeitrag, in dem wir wie immer einen Blick auf die wichtigsten Konstellationen und die einströmenden Energien im Monat November werfen wollen, mit besonderem Fokus auf die beiden Monde, den Neumond in Skorpion am 1. November und den Vollmond in Stier am 15. November. Dieser November ist ein überaus wichtiger Monat und das nicht nur, weil kurz nach dem Neumond am 5. November die US-Wahlen stattfinden, auf die die ganze Welt mit Spannung blicken wird. Denn letztlich wird das, was in den USA in den kommenden Wochen passiert, einen großen Einfluss auf den Rest der Welt haben. Aber nicht nur die US-Wahlen machen diesen Monat so spannend, sondern auch die Tatsache, dass Pluto nach seinem nunmehr 16-jährigen Aufenthalt im Zeichen Steinbock endgültig in das Zeichen Wassermann wechseln wird und das für die kommenden 20 Jahre. Werfen wir also einen Blick auf die nennenswerten Himmelsereignisse dieses Monats, so begrüßt uns der November direkt zu Beginn zu Allerheiligen am 1. November mit dem Neumond im Zeichen Skorpion. Von einem Neumond sprechen wir bekanntlich immer dann, wenn sich Sonne und Mond zueinander gesellen, so wie in diesem Fall mit Sonne und Mond auf 9 Grad und 35 Bogenminuten im Zeichen Skorpion aufgerundet, also auf 10 Grad Skorpion. Damit ist der Punkt in deinem Horoskop angesprochen, den dieser Neumond aktiviert. Das heißt, in diesem Bereich deines Horoskops bzw. in diesem astrologischen Haus, da wirkt die Neumondenergie und so kann es aufschlussreich sein, ein bisschen tiefer in diese Thematik einzutauchen. Was direkt auffällig wird, wenn wir auf die Neumondradix schauen, ist, dass zu diesem Neumond sehr viele Planeten in einem Wasserzeichen stehen. Mond, Sonne, Merkur, Mars, Saturn und Neptun allesamt in einem Wasserzeichen deuten bereits ergänzend zum Neumond in Skorpion darauf hin, dass wir in diesen Tagen etwas dünnhäutiger, sensitiver, insgesamt emotionaler und vielleicht auch erschöpfter oder gereizter sein können als sonst. Da ist eine Energie, da sind wir auch gerne für uns allein, da ziehen wir uns auch gerne mal in unsere eigenen vier Wände zurück. Der Skorpion selbst garantiert oftmals ein großes Gefühlskino, auch wenn er selbst nicht immer weiß, woher diese Gefühle kommen und warum er fühlt, was er fühlt. Pluto, der Zeichenherrscher des Skorpions, ist oder gilt als einer der geheimnisvollsten Planeten in unserem Sonnensystem und genau dieses Geheimnisvolle ist letztlich auch sein Markenzeichen, blieb Pluto doch bis ins Jahr 1930 den Fernrohren der Wissenschaft verborgen. Pluto-Transite bringen die einschneidendsten Persönlichkeitstransformationen und Lebensveränderungen mit sich und stellen alles in den Schatten, was wir bislang erfahren haben. Und das erreicht Pluto, indem er all die Schatten, all die Ängste und Geheimnisse sichtbar macht, die in unserem menschlichen wie auch kollektiven Unterbewusstsein vor sich hin schwelen und vor denen wir bislang unsere Augen verschlossen haben. Was nichts anderes heißt, als dass Plutos tiefgründigen Blick nichts, aber auch rein gar nichts verborgen bleibt. Das heißt, in seiner Wirkung hält uns Pluto einen unerbittlichen Spiegel all unserer verdrängten Ängste und Probleme vor, die in der Tiefe unserer Seele noch unerlöst sind. Auch vermag er all unsere unterdrückten Wünsche und Sehnsüchte an die Oberfläche zu bringen und uns im Kontakt mit diesen Energien zu lebensverändernden Entscheidungen drängen. Gleich einem inneren Vulkanausbruch kann er all den unverarbeiteten Ballast in uns hochschleudern, all die tief in uns bereits als richtig erkannten Einsichten und uns zumeist durch Leidensdruck dazu zwingen, unseren eher trägen und bequemen Persönlichkeitsteil in Bewegung zu setzen. Und hierbei lässt Pluto in der Regel keinerlei Kompromisse und keine Halbwahrheiten zu, denn Pluto peinigt unser Ego, das immer wieder neue Ausreden findet, solange bis es sich endlich den höheren Erkenntnissen und Wahrheiten stellt. Und dieser Prozess ist umso unangenehmer, desto stärker wir uns selbst geißeln, wenn wir uns beispielsweise in einem fühlbaren Gefängnis, in einem Ghetto von Konventionen, von Höflichkeitsformen, Selbstbetrug, auch einer gefühlten Dumpfheit, Leblosigkeit und auch Schönmalerei wiederfinden, dadurch nur noch mechanisch funktionieren und vor lauter Sicherheitsängsten das wahre Leben verpassen. Wenn wir uns nun in diesem Kontext die Neumondradix näher anschauen, können wir sehen, dass einer der markantesten Konstellationen zum Neumond die Opposition von Pluto in Steinbock zu Mars in Krebs ist. Mars war der Herrscher des Skorpions, bevor Pluto entdeckt wurde. Und so stehen sich mit Mars und Pluto hier zwei planetare Schwergewichte gegenüber, die wir im Sinne von Mars mit Passion, Mut, Pioniergeist, aber auch mit Konflikt, Aggression und Krieg verbinden. Pluto wiederum verbinden wir allen voran mit Transformation, Stirb- und Werdeprozessen, Macht und Ohnmacht, so auch mit Kontrolle, Manipulation, Zwängen bis hin zu Traumata. Die Tatsache, dass sich beide Mars in Krebs und Pluto in Steinbock in den kritischen Endgraden des jeweiligen Zeichens befinden, deutet darauf hin, dass wir uns in einem entscheidenden, kritischen Übergang befinden, wo wir analog zum Krebs spüren können, dass unsere alten Sicherheiten oder auch unsere herkömmlichen Vorstellungen, wie wir unser Leben leben wollen, in gewisser Weise vor einer Neubetrachtung und Neubewertung stehen. Der Krebs, dessen Regent der Mond ist, steht auf mundaner Ebene für das Volk, auf persönlicher Ebene für unsere emotionalen Bedürfnisse, allen voran unseren Wunsch nach Schutz und Geborgenheit. Da geht es um unsere emotionale Sicherheit, unser Zuhause, unseren Wunsch, ein sicheres Dach über dem Kopf zu haben und natürlich geht es auch um Zugehörigkeit und Verbundenheit im Sinne dessen, unsere Familie, also das, was uns heilig ist, schützen zu wollen. Der Steinbock, der dem Krebs gegenübersteht, repräsentiert hingegen auf mundaner Ebene die Regierungen, Behörden, so auch autoritärere hierarchische Regierungs- und Wirtschaftsstrukturen, darunter Monopolstellungen beispielsweise auch. Auf persönlicher Ebene steht der Steinbock für unser Streben nach beruflicher Verwirklichung, Karriere, Anerkennung und Statusbewusstsein, im übertragenen Sinne auch für unsere materielle Sicherheit. Und so hatte ich bereits in meinem letzten Oktoberbeitrag vorausgeschickt, dass wir diese Opposition von Mars in Krebs und Pluto in Steinbock bereits in 2008 hatten. Damals standen beide in den Anfangsgraden dieser Zeichen und so wurden wir weltweit mit den Folgen der Finanzkrise konfrontiert, ausgelöst durch die damals in den USA geplatzte Immobilienblase. Das heißt, diese Opposition von Mars und Pluto kann an unseren vertrauten, liebgewonnenen und Sicherheiten rütteln. Und da wir jedem Tierkreiszeichen sowohl lichthafte als auch schattenhafte Seiten zuordnen, so ist er der Skorpion, in dessen Zeichen der Neumond fällt, der uns einerseits mit Macht und Wohlstand segnen kann, der uns andererseits aber auch unsere Ohnmacht und unsere Verbindlichkeiten, unsere Schulden bewusst machen kann. Und so kann es durchaus sein, dass überall dort, wo beispielsweise unsere politischen Stellvertreter, die Regierungen, so auch Monopolunternehmen, Medien, Banken durch Manipulation, Sabotage, irreführende, betrügerische Handlungen ihre Macht missbrauchen oder auch wo wir selbst Schuld auf uns laden und Schulden anhäufen, dass wir genau mit diesem Karma konfrontiert werden, persönlich wie gesellschaftlich. Denn Pluto kann viel Macht verleihen, aber auch seinen Tribut fordern. Ganz besonders dann, wenn wir die Macht korrumpieren, wenn uns der Schuldenberg über den Kopf wächst, wenn wir gierig nach immer mehr verlangen und wenn wir nicht mehr bereit sind, sinnbildlich gesprochen auch im Kleinen das Große zu entdecken. Dass dieses plutonische Erwachen nicht ganz ohne Rütteln und Schütteln von statten gehen wird, sehen wir eben nicht nur an der Tatsache, dass Pluto in das Zeichen Wassermann wechselt, indem er sich die nächsten 20 Jahre aufhalten wird, sondern wir sehen es jetzt zum Neumond eben auch an der Opposition von Pluto und Mars, so auch an der Opposition von Merkur in Skorpion und Uranus in Stier, sowie an der Tatsache, dass Pluto und Uranus jeweils an den Spitzen zweier Figuren stehen, die in der Astrologie als die Drachenfigur bekannt ist. Drachenfiguren zeigen einerseits starke, oppositionelle, sich gegenseitig reibende Kräfte, ähnlich dem Tauziehen oder Seilziehen, das zum Beispiel beim Wettkampf dem Kräftemessen zweier Mannschaften dient, wo beispielsweise zwei Mannschaften an den beiden Enden eines Taus ziehen, um die gegnerische Mannschaft auf die eigene Seite herüberzuziehen. Aber anders als im Wettkampf, wo immer nur eine Partei den Sieg davon tragen will, wo eine stärker sein möchte als die andere, zeigen uns Drachenfiguren wie diese auch, dass wir auf einer persönlichen Ebene die Kraft haben, diese gegensätzlichen, oftmals sich widersprechenden und doch ergänzenden Energien in uns in ein Gleichgewicht bringen zu können. In diesem Fall die die Energien der Krebssteinbock und damit der Reifeachse und die Energien der Stierskorpion und damit der Werteachse. Es geht also darum, uns die Zeit zu nehmen, um in Ruhe herauszufinden, was in unserem Leben erneuert und was bewahrt werden möchte. Sollten wir uns rund um diesen Neumond jedoch dabei ertappen, dass wir in einem Entweder-oder-Denken in einer Art Tunnelblick verharren, dann dürfen wir uns bewusst machen, dass uns eine solch einseitige Denkhaltung nicht weiterbringt und nur unnötig Druck erzeugt. Mit Merkur in Skorpion in Opposition zu Uranus und im Trigon zu Neptun und Mars dürfen wir uns für verschiedene Lösungsansätze öffnen, indem wir beispielsweise in sowohl als auch Kategorien denken. Wo immer wir also aktuell eine Überforderung, eine Ohnmacht spüren, vielleicht auch einen Widerstand, einen Stillstand oder eine Unentschlossenheit und Angst vor Veränderung haben, dort dürfen wir uns in Geduld üben und darauf vertrauen, dass Lösungen unterwegs sind. Denn Mars wird aufgrund seiner Rückläufigkeit die Opposition zu Pluto, die Rückläufigkeit beginnt erst im Dezember. Aber Mars wird aufgrund seiner Rückläufigkeit die Opposition zu Pluto noch zwei weitere Male wiederholen. Einmal Anfang Januar, wenn Mars in den Anfangsgraden des Löwen und Pluto in den Anfangsgraden des Wassermanns steht und dann noch einmal gegen Ende April nächsten Jahres. Und damit möchte ich sagen, dass hier mit dieser Opposition von Mars und Pluto, die wir dreimal erleben werden, jetzt im November, Anfang Januar und im April, dass hier Energien am Werk sind, die uns ins kommende Jahr begleiten werden. Und diese Energien werden wichtige Veränderungen anstoßen und dies nicht unbedingt über Nacht. Sondern wir dürfen mit diesen Energien auf eine Weise arbeiten, indem wir offen und flexibel bleiben und neugierig beobachten, wohin sie uns führen wollen, ohne uns an einen bestimmten Ausgang zu klammern. Wenn wir jetzt schon wissen wollen, wohin uns die Reise führt, dann verschließen wir uns letztlich vor den vielen Möglichkeiten, die sich uns erst auf der Reise eröffnen bzw. in den kommenden Monaten bis Frühjahr offenbaren werden. Auf mundaner Ebene mag dieser Neumond in Skorpion einen großen Mächtekonflikt anzeigen. Im Kontext der US-Wahlen, die in diesen Tagen stattfinden, können sich hier größere Unruhen auf abzeichnen. Die sich hier reibenden Kräfte können der Katalysator für große Veränderungen sein. Im Persönlichen mag es wichtig sein, uns möglichst nicht in Frust oder anderweitigen Dramen zu verlieren und uns nicht durch äußere Umstände reizen oder aus der Ruhe bringen zu lassen, sondern die Energien konstruktiv zu nutzen, indem wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Mit Saturn, der zu diesem Neumond einen harmonischen Aspekt hält, können wir diesbezüglich von seiner stabilisierenden Energie profitieren. Saturn kann uns hier die nötige Ausdauer und Disziplin schenken, sodass wir uns im Sinne Saturns auf das ausrichten, was wir mittel- bis langfristig in unserem Leben verbessern wollen. Und da Saturn zu diesem Neumond auch in Spannung zu Venus in Schütze und Venus in Opposition zu Jupiter steht, ist dies noch einmal mehr die Aufforderung an uns, große Ziele, große Vorhaben, also große Wünsche oder Entscheidungen auf eine praktikable, umsetzbare Ebene zu bringen und uns bewusst zu sein, dass es stets die vielen kleinen geduldigen Schritte sind, die uns unseren großen Zielen und Wünschen näher bringen. Mit Venus in Schütze in Opposition zu Jupiter und der Tatsache, dass beide harmonische Aspekte zu Chiron bilden, mag dies auch ein sehr heilsamer und hoffnungsvoller Aspekt sein. Er wirft die Frage auf, woran wir glauben wollen. Nicht umsonst heißt es, dass unser Glaube Berge versetzen kann, vorausgesetzt wir konzentrieren unsere Kraft auf das, was wir wollen und weniger auf das, was wir nicht wollen. Gelingt uns dies, können wir das erfahren, was im plutonischen Sinne Selbstermächtigung bedeutet. An dieser Stelle möchte ich mir einen kleinen Exkurs erlauben und gerne dazu übergehen, einige persönliche Gedanken zum Planeten Pluto und dessen Energien mit hier zu teilen, ist es doch allen voran Pluto in diesem Monat, auf dem der kosmische Scheinwerfer gerichtet ist. So können dir meine Impulse vielleicht auf einer persönlichen Ebene dazu verhelfen, mit diesen plutonischen Energien auch über diesen Monat hinaus bestmöglich zu navigieren. Werfen wir dazu den Blick auf die griechische Mythologie, so finden wir Plutos' Entsprechung hier in Hades, dem Gott der Unterwelt. Hier wurde er als Gott der Toten, als Fürst der Hölle, aber auch als Fruchtbarkeitsgott und Spender von Macht, Reichtum und Wohlstand verehrt. Schauen wir ergänzend dazu auch auf manche indigenen Kulturen, beispielsweise die indigenen Kulturen Nordamerikas, darunter die der Hopi-Indianer. So finden wir Plutos' Entsprechung hier in der Spinnenmutter, Spider-Mother. Ist es schließlich die Gattung der Spinne, zu der auch der Skorpion zählt? Für die Hopi-Indianer ist die Spinnenmutter die Weberin, die den Lebensfaden spinnt? Ihren Legenden zufolge ist sie die uralte Weise, deren Kraft jenseits aller Vorstellungen liegt? In den alten Mythen heißt es, dass sie jeden Tag das Universum neu webt und es nachts wieder zerstört, um es tags darauf von Neuem zu weben. Sie ist es, die die Fäden in der Hand hält und damit die Macht hat, Leben zu geben und zu nehmen. Interessant ist, dass wir Menschen bis heute nicht genau wissen, warum wir oder viele von uns sich so derart vor Spinnen fürchten. Und laut dem Arachnologen Christian Kopf können wir dahingehend auch nur Vermutungen anstellen. Eine davon ist, dass die Spinne in unserer Kultur mit dem Bösen assoziiert wird, mit dem Teufel, mit den dunklen Mächten, mit Gift und dem Tod. Und genau dieses Bild, das so passend zum Skorpion ist, könnte sich tief in unser kollektives Unterbewusstsein gefressen haben, was so viel bedeutet, dass diese Angst weniger biologisch begründet ist. Und da sind wir auch schon bei Pluto, mit dem wir weniger die Angst vor einer konkreten Gefahr als vielmehr die Angst vor der Angst verbinden. Diese Angst spielt sich allein in unserer Vorstellung, in unserem Geist ab. Das heißt, dort hat sie ihren Ursprung in einer undefinierbaren Angst vor dem nicht sichtbaren, unberechenbaren Ungewissen. Ähnlich einem Kind, das das Dunkle scheut, obwohl es gar nicht weiß, was sich im Dunklen verbirgt. Aber solange uns diese nicht greifbare, unbewusste Angst im Griff hat, hat sie natürlich auch die Macht über uns und kann uns dazu bewegen, Dinge aus einem beispielsweise reinen Sicherheitsbedürfnis zu tun, Dinge aber, von denen wir im Grunde unseres Herzens wissen, dass wir sie nicht wirklich wollen, weil wir spüren, dass sie uns beispielsweise unserer Abenteuerlust, unserer Risikofreude, unserer Lebensfreude und Lebendigkeit berauben. Und so möchte ich an dieser Stelle einen Traum mit dir teilen, den ich vor vielen Jahren hatte. Und zwar in einer Zeit, wo ich das Gefühl hatte, mich buchstäblich im Netz der Spinne verfangen zu haben. Wo ich einfach nicht wusste, wie ich mich davon befreien konnte, weil ich zu der Zeit einen Berufsweg damals im Marketing eines Konzerns eingeschlagen hatte, wo ich einfach spürte, dass mir dieser Arbeitsplatz nicht gut tat. Rückblickend betrachtet wundert es mich nicht, dass ich zu der Zeit häufig von Spinnen träumte, von also Spinnen, die mich plötzlich im Traum überraschten, die über meinen Körper herfielen, sodass ich immer wieder mit einem Schrecken erwachte, bis ich dann eines Morgens, es war ganz früh im Morgengrauen, einen Klartraum hatte, der alles an Spinnenträumen in den Schatten stellte, was ich bis dahin erlebt hatte. Denn was ich da sah, war so real und so stark fühlbar. Es war, als ob ich in eine tiefe Schlucht blicken würde, in mein tiefstes Innerstes, wo nur Dunkelheit tiefste Dunkelheit herrschte. Und als ich allmählich anfing oder beziehungsweise als mein inneres Auge allmählich anfing, sich an diese Dunkelheit zu gewöhnen, kam mir wie aus dem Nichts aus dieser tiefen, dunklen Schlucht plötzlich eine Spinnenfrau entgegen. Sie hatte das Antlitz einer alten, greisen Frau und den Körper einer Spinne. Und als ich sie sah, schoss im Bruchteil einer Sekunde eine Riesenangst in mir hoch, mein Herz raste wie verrückt und ich hatte das Gefühl, dass mir vor lauter Angst der Atem stockte. Gleichzeitig wusste ich, dass ich in diesem Moment keine andere Wahl hatte, als mich in diese Dunkelheit in das Netz dieser Spinne fallen zu lassen. Und als ich das tat, was dann geschah, war reinste Magie ein absolutes Wunder. Denn diese anfangs noch tief empfundene Angst, es war fast eine Todesangst und starre, verwandelte sich im Nu in eine unbeschreiblich schöne, grenzenlose Lebensfreude. Es war, als hätte diese Lebensfreude, diese ja fast schon ekstatische Energie jede Zelle meines Körpers erreicht und meinen Körper buchstäblich zum Beben gebracht. In dem Moment war ich so vollkommen frei von Angst und ich badete einfach nur in dieser sinnlichen Freude. Erstaunlicherweise hatte ich nach diesem Klartraum keine Angst mehr vor Spinnen. Ich träumte ab da auch nicht mehr von Spinnen. Mit der Folge, dass ich auch in meinem Leben den Mut fand, eine neue Entscheidung zu treffen, die mich beruflich auf jenen Weg brachte, den ich heute gehe und wo ich auch heute überaus dankbar bin, mit meiner astrologischen und schamanischen Arbeit Menschen zu erreichen, die so wie ich damals ihrem Leben ebenfalls eine neue sinnstiftende Richtung geben wollen. Und so erinnert uns der Skorpion in Form der Spinnenfrau, in Form der Spinnenmutter daran, dass auch wir unsere Träume spinnen und realisieren können. Den Hopi-Indianern zufolge offenbart die Spinne ihr Wissen, während wir träumen. In unseren Träumen bringt sie uns in Verbindung mit unserem Höheren Selbst und hilft uns, unseren Lebenstraum zu verwirklichen und damit verbundene Ängste zu überwinden. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass wir der Spinne zu ehren, die Traumfänger entwickelt haben, die an ein Spinnennetz erinnern, damit wir die Weisheit unserer Träume, die uns die Spinne schickt, einfangen können. Die indigenen Völker sind davon überzeugt, dass wir durch einen unsichtbaren energetischen Faden aus unserem Nabel immer noch mit dieser alten ursprünglichen Spinnengöttin verbunden sind und ich habe selbst die Erfahrung gemacht und bin von deren Wahrheit absolut überzeugt. Ich habe diesen Traum mit dir geteilt, weil er mir einst sehr viel Kraft geschenkt hat und weil ich überzeugt davon bin, dass es genau diese Energie ist, die wir benötigen, um persönliche, aber auch kollektive Ängste und Traumata zu überwinden. Wir dürfen uns ins Ungewisse, ins Netz der Spinne fallen lassen und darauf vertrauen, dass es uns auffangen wird. Gelingt uns dies, werden wir persönlich wie kollektiv, das scheinbar noch jetzt oder jetzt noch Unmögliche eines schönen Tages möglich machen. Wenn dich diese Geschichte angesprochen hat und wenn du, so wie ich einst, auch offen bist für den Weg der Natur, für den schamanischen Weg, einen Weg, der dich in deiner Bewusstwerdung unterstützt und dich deiner wahren Natur näher bringt, dann möchte ich an dieser Stelle kurz ankündigen, dass es in meinem schamanischen Retreat, das vom 1. bis 8. Februar in einer wunderschönen Finca hier auf Teneriffa stattfindet, dass es in diesem Retreat noch genau drei freie Plätze gibt. Es sind die letzten drei Plätze, die noch verfügbaren Zimmerkategorien findest du bei Interesse auf meiner Webseite verlinkt, unten in der Videobeschreibung. Ich hatte bereits die Freude, zwei dieser Seminare in diesem Jahr veranstalten zu dürfen und ich kann sagen, und das im Namen meiner Gruppen, die hier waren, dass dies eine unvergesslich schöne und bereichernde Zeit für uns war. Wenn du also den Ruf vernimmst, dann freue ich mich, wenn wir uns bald hier auf der Insel persönlich begegnen. Und eines noch, bevor ich es gleich wieder vergesse, die Termine für das kommende AstroTipi-Online-Seminar in 2025 sind nun ebenfalls auf meiner Webseite veröffentlicht. Das nächste AstroTipi startet am Samstag, den 15. Februar. Wenn du vielleicht zu jenen gehörst, die in diesem Jahr aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl nicht dabei sein konnte, so bietet sich dir im neuen Jahr eine neue Chance. Wenn du dich für die Sprache der Planeten, deren Mythologie und für deren Ansprechung in der Kosmologie der Andenschamanen interessierst und du dich für die Botschaften der Planeten im Rahmen von Heilreisen öffnen möchtest, dann kann ich dir das AstroTipi wärmstens empfehlen. Wie sagte noch unlängst eine Teilnehmerin aus dem diesjährigen Seminar zu mir, Ute, das AstroTipi ist so heilsam für mich, die Astrologie unterstützt mich in diesem Prozess, aber die schamanischen Reisen sind für mich der entscheidende Faktor, weil sie die Informationen der Planetenkräfte auf allen Ebenen zugänglich und erfahrbar machen. Wenn du dich also angesprochen fühlst, findest du den Link zum AstroTipi unten in der Videobeschreibung. Und damit möchte ich nun den Bogen zum Vollmond in Stier spannen, der uns am 15. November in der Mitte des Monats erwartet. Von einem Vollmond sprechen wir, wenn sich Mond und Sonne grad genau gegenüberstehen, wie in diesem Fall mit dem Mond auf 24 Grad Stier und der Sonne im gegenüberliegenden Zeichen Skorpion. Dieser Vollmond in Stier zusammen mit dem Neumond in Skorpion bringt es bereits auf den Punkt, dass es genau diese beiden Bereiche in unserem Horoskop sind, wo der Stier und sich der Skorpion erstrecken, die in diesem Monat ein besonderes Gewicht haben. Anders als der Skorpion, den wir mit dem Prinzip des Stier und Werde mit tiefgehenden Transformationsprozessen verbinden, ist es der Stier, der auf traditionelle Werte und Sicherheit setzt. Dabei hat er eine besondere Verbundenheit zur Natur und auch wenn er genussvoll ist und auch dem Komfort nicht abgeneigt ist, so erinnert uns der Stier dennoch daran, dass die Schönheit des Lebens in der Einfachheit liegt. Wann immer wir uns beispielsweise in blindem Konsum und Gier verlieren, erinnert er uns daran, dass es zumeist die kleinen Dinge des Lebens sind, die nichts kosten und die uns im Herzen wahrlich glücklich stimmen. Anders als zum Neumond in Skorpion, wo das Element Wasser und damit es nicht greifbare und vielleicht auch unanschlossene stärker betont ist, zeigt uns der Blick auf die Vollmondradix, dass dieser Vollmond in Stier eine stärkere Durchschlagskraft hat, da sich mehr Planeten in Erd- und Feuerzeichen befinden. Zudem kann er uns aufgrund seiner Konjunktion mit Uranus ein überraschendes Element bescheren, etwas, was wir so noch nicht kommen sehen. Wenn ich mich erinnere, so hatten wir zuletzt im Mai diesen Jahres den Neumond in Stier, der damals ebenfalls in Konjunktion mit Uranus stand. Das überraschende Element, das uns der Neumond damals im Mai zusammen mit Uranus beschert hatte, waren die extremen geomagnetischen Stürme, die vielen in Deutschland, vor allem in Süddeutschland und in der Schweiz einen ungewohnten Blick auf die wunderschönen Polarlichter eröffnet haben. Und so dürfen wir auch zu diesem Vollmond in Stier gespannt sein, für welche Überraschung Uranus diesmal sorgen wird. Uranus ist vollkommen unberechenbar. Er kann einerseits solch neuartige Naturphänomene begünstigen, die wir wie im Falle der Polarlichter bestaunt haben. Andererseits kann er uns im Zeichen Stier auch mit plötzlichen Ereignissen konfrontieren, die uns auf eine eher unangenehme Weise überraschen bzw. tangieren können, allen voran mit Ereignissen rund um unsere Erde, unsere Rohstoffe, Ressourcen, Finanzen und nicht zuletzt auch mit Wetteranomalien. Wie auch immer sich dieses überraschende Element für jeden Einzelnen von uns zeigen mag, so kann es uns genau mit dem Elan und der Entschlossenheit ausstatten, die wir brauchen, damit wir genau dort voranschreiten, wo wir vielleicht bislang noch zögerlich und wankelmütig waren. Dafür spricht auch der Mars-Pluto, Oppositionsaspekt, der auch zu diesem Vollmond wirkt, mit dem Unterschied, dass Mars sich jetzt nicht mehr in Krebs, sondern in den Anfangsgraden des Löwen befindet. Mars im Feuerzeichen Löwe hat einen viel stärkeren Selbstausdruck, ein sehr viel stärkeres Selbstvertrauen und ist sehr viel leidenschaftlicher als vergleichsweise ein Mars in Krebs und dadurch auch risikofreudiger. Diese Energie kann uns beflügeln, sie kann uns dem näher bringen, was uns wahrlich Freude bereitet. Auch Saturn, der an diesem Vollmondtag endlich wieder direktläufig wird, mag ein gutes Zeichen dafür sein, dass er uns in den kommenden Monaten neue Optionen eröffnen kann. Da können wir uns insgesamt, wenn es um unsere praktischen Vorhaben, zum Beispiel unsere beruflichen Ambitionen geht, da können wir uns unter einem direktläufigen Saturn weniger limitiert fühlen. Da kann sich auch unser Einsatz bezahlt machen. Auch Venus in Steinburg, die die Regentin dieses Vollmondes ist, zeigt mittels ihrer Spannung zur Mondknoten bzw. zur Schicksalsachse, dass wir, wenn wir weise und bedacht handeln, die Früchte unserer Arbeit ernten können und etwas Wichtiges zum Abschluss bringen können. In puncto Beziehungen mag der Quincunx-Aspekt, den Venus zum Mars in Löwe hält, ihre Durchsetzungskraft zwar etwas schwächen, umso mehr ist dies die Aufforderung an uns, konkret anzusprechen, was wir uns in unseren Beziehungen wünschen, anstatt vorauszusetzen, dass andere unsere Gedanken lesen können. Mit Merkur in Schütze, in Opposition zu Jupiter in Zwillinge, die sich den astrologischen Würden nach bei dem sogenannten Exil befinden, können wir uns schnell in Annahmen und Erwartungen verlieren, die für uns und unsere Beziehungen nicht förderlich sind. Auch Mars in Löwe zusammen mit Merkur in Spannung zu Saturn kann uns in gewisser Weise an fixen Vorstellungen anhaften lassen, wo es uns schwerfallen mag, uns für die Sichtweise anderer zu öffnen. Andererseits, wenn ich auf Merkur und Jupiter und deren harmonische Aspekte zu Chiron schaue, dann kann uns dies durchaus auch sensitiver und empfänglicher für die Wahrheit machen. Eine gewisse Flexibilität brauchen wir in diesem Monat auch, wenn wir über den Vollmond hinaus schauen, und zwar auf Merkur, der ab 26. November zunächst stationär und dann seine Rückläufigkeit beginnt, und zwar wird Merkur bis 15. Dezember rückläufig sein. Zusammen mit der Tatsache, dass er in Schütze in Jupiters Zeichen rückläufig wird und Jupiter in Merkurs Zeichen den Zwillingen ebenso rückläufig ist, mag sich in diesem Monat bis in den Dezember hinein so anfühlen, als wäre Merkurs Rückläufigkeit diesmal sehr viel stärker spürbar. Also Vorsicht, wenn es um Kommunikation, Verträge, Verkehr und Reisen geht, lieber die Dinge hier doppelt prüfen, nochmal genauer schauen, welche Worte wir formulieren, Verträge checken, ja, oder wenn wir Buchungen vornehmen und wenn beispielsweise Plan A nicht funktioniert, dann kann es hilfreich sein, schon mal in Gedanken Plan B vorzubereiten und in dieser Zeit, also insbesondere ab 26. November bis Mitte Dezember, möglichst flexibel zu bleiben, falls sich Pläne spontan ändern können. Zusammenfassend lässt sich zu diesem November sagen, dass er eine stark polarisierende Note hat mit den vorherrschenden Energien in diesem Monat, allen voran den fixen Energien von Skorpion und Stier auf der Werte- und Finanzachse und den kardinalen, neu initiierenden Energien von Steinbock und Krebs ist es, als ob hier Energien am Werk sind, etwas im Anstehen ist, das alles stagnierende, verkrustete, verhärtete, so auch alles Falsche und Korrupte durchbrechen möchte. Es heißt nicht umsonst, große Umwälzungen finden stets in Sackgassen statt. Und in diesem ganzen Szenario spielt Pluto die Hauptrolle, da er es ist, der am 19. November in das Zeichen Wassermann wechseln wird, in dem er sich, wie ich schon erwähnte, für die nächsten zwei Jahrzehnte aufhalten wird. Das bedeutet nichts anderes, als dass Pluto die viel gepriesene Zeitenwende einleiten wird. Dieser Zwergplanet, der am weitesten von unserer Sonne entfernt ist, gehört neben Neptun und Uranus zu den sogenannten Langsamläufern. Und diese Langsamläufer, allen voran Pluto, konfrontieren uns mit kosmischen Energien, die uns nicht vertraut sind und mit denen wir Menschen uns zumeist schwer tun, weil sie so tiefgehend, umwälzend und herausfordernd sein können. Und weil Pluto ein Langsamläufer ist, wird er mit seinem Eintritt in den revolutionären und freiheitsliebenden Wassermann in den kommenden 20 Jahren eine ganz neue Generation und damit einen ganz neuen Zeitgeist prägen. Die nächsten zwei Jahre, 2025 und 2026, in denen sich Pluto noch in den Anfangsgraden des rebellischen Wassermanns aufhalten wird, markieren dahingehend eine wichtige Übergangsphase. Mit dem Wassermann verbinden wir neben humanistischen Idealen auch bahnbrechende, innovative, technologische Errungenschaften. Und so wird uns Pluto in Wassermann in das digitale Zeitalter führen, wo er die Grenzen unserer menschlichen Möglichkeiten durch den Einsatz technologischer Ansätze erweitern wird. Im Zuge dessen wird er uns mit den lichthaften, aber auch mit den schattenhaften Seiten dieser Entwicklungen konfrontieren. Und mehr dazu erfährst du bei Interesse in meinem Sonderbeitrag Pluto in Wassermann eine neue Ära kollektiver Evolution. Den Beitrag findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Um nun die Mondenergien dieses Monats auf dein persönliches Horoskop zu übertragen, so schau einfach mal, ob du Planeten und oder andere wichtige astrologische Punkte in den fixen Zeichen stehen hast. Zu den fixen Zeichen zählen Stier, Skorpion, Löwe und Wassermann. Dabei aktiviert der Neumond in Skorpion am 1. November besonders den Bereich von etwa 6 bis 13 Grad der fixen Zeichen. Schauen wir auf den Vollmond in Stier am 15. November, so aktiviert dieser den Bereich von etwa 21 bis 28 Grad der fixen Zeichen. Wenn du in diesen Zeichen und den genannten Geraden Planeten und oder andere wichtige astrologische Punkte stehen hast, dann arbeiten die Energien dieser Monde auf einer ganz persönlichen Ebene mit dir. Für dich wird es wichtig sein, überall dort, wo du dich im Sinne des Skorpions mit einer Überforderung, Ohnmacht oder auch mit Stillstand konfrontiert siehst, dich im Sinne des Stiers gut zu erden und die Schönheit in den kleinen Dingen zu finden, gut auf dich zu sorgen, in die Natur zu gehen, schöner Musik zu lauschen, ein Essen mit Freunden oder eine wohltuende Massage zu genießen, weil das vermag deine Batterien wieder aufzuladen, sodass du den Herausforderungen des Alltags gelassener begegnen kannst. Ja und solltest du heute zum ersten Mal dabei sein und dein Horoskop noch nicht vorliegen haben, dann findest du auf meiner Webseite ute-watch.de direkt auf der Startseite ein einführendes kostenfreies Lernvideo. In diesem Video erfährst du, wie du dir dein Horoskop erstellen kannst, wie du es lesen kannst, also wie dein Horoskop aufgebaut ist, welche Bedeutung die zwölf astrologischen Häuser haben und wie du die Inhalte aus meinen Beiträgen auf dein Horoskop übertragen kannst. Ja und falls du alleine nicht so gut zurechtkommen solltest, findest du auf meiner Webseite natürlich auch weiterführende Infos zu meinem Beratungsangebot, zu den Horoskop-Analysen, meinen Programmen wie dem Berufungs- und dem Beziehungsprogramm, so auch zu meinem Retreat auf Teneriffa im Februar und dem AstroTipi Online-Kurs, der ebenfalls im Februar startet. Und damit komme ich auch schon zum Schluss dieses Beitrags. Wie immer sage ich herzlichen Dank für dein Interesse, für deine Aufmerksamkeit und Wertschätzung und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist im Rahmen dieses Podcasts und sage auch bald mit einem ganz herzlichen Gruß an dich.